Herzlich willkommen zu einem neuen Astrologie-Video und wie du gleich sehen wirst, werde ich in diesem Video zu einer Aufzeichnung umschalten, einer geführten Meditation, die ich mit einer Gruppe gemacht habe. Und zwar geht es da um das aktive Wahrnehmen der Pluto-Energie und mit dieser plutonischen Energie zu arbeiten. Wenn du meine Videos verfolgt hast, wenn du diesen Kanal folgst, dann weißt du, dass wir momentan in der stärksten, transformativsten Zeit des Jahres angelangt sind, wo wirklich ganz fordernde, teilweise Konstellationen auf dich warten. Ob das jetzt Transformation in der Partnerschaft ist, ob das Transformation im sozialen Umfeld ist, ob das einfach so wirklich so dieses Loslassen von feststeckenden Gedanken, von Fixierungen ist und sich auf etwas Neues einschwingen. Also egal, um was es geht, es ist eine herausfordernde Zeit. Und Pluto als Herrscher dieser Zeit, wir kommen ja jetzt dann in den Skorpion-Zyklus rein, Pluto als Herrscher dieser Zeit ist natürlich auch so diese Aufforderung, da ganz klar in die eigene Macht zu gehen. Also diese Balance zwischen Macht und Anmacht, der Macht ausüben, worüber übst du Macht aus, Druck aus? Also vielleicht bist du ja jemand, der unbewusst selber Macht oder Druck auf andere ausübt oder auch über den Macht und Druck ausgeübt wird. Also vielleicht bist du eher so in dieser Opferrolle drinnen. Aber egal, um was es geht, um dieses Machtgefüge zu verstehen, ist einfach der Pluto einfach auch so der Lehrmeister. Und wir kommen jetzt sehr stark in Gefühle der Anmacht rein. Wir sehen es natürlich auch. Wir sehen es in zeitpolitischen Geschehnissen, in diesen Kriegsgeschehnissen. Wir sehen, wie onmächtig wir gegenüberstehen, während auf einmal die Welt rund um uns scheinbar in Flammen steht. Und das ist einfach so diese transformative plutonische Energie. Und deshalb möchte ich dir heute nicht so diese großartige Sternendeutung geben. Und wenn dich das nicht interessiert, dann kannst du auch abschalten. Aber ich möchte dir heute ein Tool in die Hand geben, wie du aktiv mit dieser Planetenenergie arbeiten kannst, wie du aktiv in dieser Zeit stabil bleiben kannst. Und ich halte das für so wichtig und so wesentlich. Also wenn dich das interessiert, bleib dran. Mach diese Übung bis zum Schluss und ich freue mich über deine Kommentare. Sei einfach dabei. Sei dabei, aktiv mit diesen Energien zu arbeiten. Du hast plutonische Energie in deinem Horoskop und sie wirkt auf irgendeine Art und Weise, betrifft sie dich. Und deshalb arbeite auch damit. Es ist einfach so, ein Hauptziel meiner Arbeit ist natürlich, diese unbewussten, einstofflichen Tendenzen ins Bewusstsein zu holen. Aktiv damit zu arbeiten, dass du daran wächst, dass du stärker wirst, dass du selber kraftvoll dein Leben meistern kannst. Und dass du vor allem keine Angst hast, auch keine Angst vor irgendwelchen Sternenkonstellationen. Also auch wenn ich sage, das sind jetzt schwierige Sterne, vergiss das einfach mal. Es ist dein Leben, du hast es in der Kontrolle und manchmal ist man halt besser drauf und manchmal ist man halt nicht so gut drauf. Aber am Ende des Tages geht es darum, auch Kontrolle auszuüben im eigenen Leben, egal wie die Umstände sind. Und um das geht es. Es geht um diese Kraft, um diese Klarheit in diesen schwierigen Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten ganz bei dir zu sein. Und ich garantiere dir, die Welt braucht dich, die Welt braucht deine Power, deine Energie. Und wenn du dich jetzt mit dieser plutonischen Energie beschäftigst, was wird passieren? Du lädst dieses Prinzip ein und dadurch arbeitest du in dieser Übung mit plutonischer Energie. Die ist genau auf Pluto, auf Skorpion ausgelegt. Und du arbeitest mit dieser Energie und durch diese Arbeit, durch diese Energie, wenn du mit dir arbeitest, dann lädst du das Prinzip ein und erlöst es auch oder bringst es auf eine andere Stufe in dir selber. Das heißt, du kannst schon, bevor irgendwelche Schicksalsschläge oder irgendetwas zustößt, dir Pluto passiert, von außen her, kannst du es in deinem Inneren schon einmal transformieren und reinigen. Und deshalb lade ich dich aus vollstem Herzen dazu ein, bleib bei dieser Übung und komm gut durch diese herausfordernde Zeit, die wir jetzt so Ende Oktober, Anfang November rein haben. Und wenn es dich interessiert, was es ganz genau auf sich hat mit dieser plutonischen Energie, mit dieser plutonischen Schwingung, schau einfach, meine letzten Videos, meine letzten drei Videos so circa beschäftigen sich mit dieser Zeit. Also, da kannst du auf jeden Fall noch tiefer in die Materie eintauchen, aber jetzt tauch tief in dich selber ein. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und gute Erfolge bei dieser Übung. Und vor allem, lass mir dann gerne einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal, schreib mir in die Kommentare, wie es dir mit der Übung gegangen ist. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle plutonische Übung und ich bin sehr gespannt natürlich auch, wie es dir dann geht. Und ich möchte heute eine starke, kraftvolle Übung machen, die dir hilft, deine Energie ins Positive zu wandeln, alles, was feststeckt, wirklich so zu transformieren, also ganz im Sinne von Pluto, diesem großen Wandler, diesem großen Transformator, der nach einer Häutung schreit. Also Skorpion-Energie will ja einfach stirb und werde, diesen Tanz haben, auch Macht und Unmacht ist Thema des Skorpions. Und das bauen wir mal ein, dass du selber in die Kraft kommst, selber in deine Beweglichkeit kommst und so gut durch diese dunklen Zeiten auch hindurch manövrieren kannst. Wenn du noch nicht erfahren in Meditationen bist, lass dich einfach da ein bisschen reinfallen, hör mal auf meine Stimme und schau einfach, was sich tut. Also du musst jetzt die Bilder nicht direkt vor dir sehen, also du kannst da ganz entspannt einfach mal mitmachen. Wir werden mit dieser plutonischen Energie jetzt einfach mal arbeiten und schauen, dass sich eben alle, alle Anspannungen sowohl körperlich als auch psychisch lösen und dass deine Energie gut im Fluss kommt. Dann schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und erlaube dir jetzt mal die Energie des Pluto, des Transformators, in dir wahrzunehmen. Und wir geben dieser Energie jetzt mal eine Stimme und das ist die Stimme, du wirst sterben, du wirst enden. Und löse dich von allem, was jetzt sterben soll, was transformiert werden soll, was dich jetzt belastet. Das heißt, wenn du jetzt gehen müsstest, wenn du jetzt in diesem Augenblick sterben würdest, was wäre in deinem Leben noch offen, nicht zusammengeräumt, wo du sagst, das würde mich jetzt am Weiterkommen hindern. Ganz egal, ob das Personen sind, ob das Lebensentscheidungen sind, ob das ein Lebensstil ist, den du pflegst. Betrachte einfach mal dein Leben unter dem Aspekt, dass du jetzt sterben müsstest. Was würdest du gerne transformieren und loswerden? Vielleicht wirst du auf einer Ebene manipuliert von anderen. Dann erlaube ich dir, diese Manipulationen zu lösen. Und Manipulation geht natürlich immer über so eine gewisse emotionale Komponente. Unter dem Pluto, unter der Pluto-Energie, hat sie natürlich eine stark auch sexuelle Macht-on-Macht-Komponente, also sexuelle Manipulation. Und erlaube dir mal emotionale Manipulation, sexuelle Manipulation, dass das transformiert wird. Und was ist es, was du loslassen solltest, von dem du dich lösen solltest? Was ist es, was du mitträgst in deinem Leben, was schon lange keinen Platz mehr hat? Das können auch Gefühle sein, wie Trauer, das können, wie gesagt, andere Menschen sein. Das können Ideen oder Projekte sein. Erlaube dir nun, voller Klarheit und Kraft, diese transformatorische Energie, das Pluto, dieses Stirb und Werde, wirklich in dir zu aktivieren und auch ganz bewusst diese Menschen, die nicht mehr zu dir passen, weg aus deinem Leben zu schicken. Manipulationsenergien, Verkettungen, Verstrickungen, raus aus deinem Leben zu schicken. Es geht um die eigene Kraft und deine eigene Macht, die eigene Ermächtigung. Gibt es Situationen, denen du ohnmächtig gegenüberstehst, wo du dich vielleicht nicht traust, jemanden anzurufen, etwas zu klären, etwas zu lösen? Dann bitte jetzt darum, um die Klärung, um die Lösung. Und hör auf, alte, einengende Muster mit dir herumzutragen. Wo in deinem Körper hast du Bereiche, wo du dich ohnmächtig fühlst? Fühlst du dich vielleicht deinem Gewicht gegenüber ohnmächtig, deinem Alter gegenüber ohnmächtig? Egal was es ist, vielleicht deiner Trägheit ohnmächtig, dass du zu wenig Sport machst, dich zu wenig bewegst. Überall wo ohnmacht ist, bitte nun Kraft, Eigenermächtigung, da reinzukommen. In meine Ernährung, in meine Psyche, in meinen Körper darf jetzt diese Transformation und Eigenermächtigung einfließen. Und nun spüre auch, denn das wird zu einem Trigger, wo wurde dir das Herz gebrochen? Wo hast du aufgestaute, alte Emotionen, an denen du festhältst? Alte Verletzungen, die du nicht loslassen kannst. Vielleicht sogar Traumata, die in dir stecken und dich immer wieder triggern oder immer wieder getriggert werden durch außen. Und auch da fließt jetzt dieses Stirb und Werde, diese transformative Energie des Skorpion und des Plutos ein. Und das ist das, was du in deinem Körper hast. Überall wo Macht über dich ausgeübt wird, ob über Systeme, über deine Familie, über deine Glaubenssätze, all das soll sich jetzt transformieren und darf sich lösen. Überall wo Macht auf dich ausgeübt wird, vielleicht über Finanzen, über politische Entscheidungen, über Freunde oder Familie, und nun erlaube dir mal, alle diese gespeicherten Schocks und Eindrücke loslassen zu können. Die werden abgesaugt. Jede steckende Energie, jede Energie, die dich in einen Selbstboykott treibt, darf nun gelöst werden. Und auch sämtliche Verbindungen oder Beziehungen, in denen du Macht auf andere ausübst, unbewusst vielleicht, werden nun gereinigt und transformiert und du kannst ganz in deine Kraft, in deine Mitte, in deine Stabilität, in deine Sicherheit einkehren. Vielleicht gibt es Entschuldigungen, die dir nie über die Lippen gekommen sind, und Verabschiedungen, die du verabsäumt hast, womöglich. Alles, was da in dir steckt, an emotionalem Ballast, wird nun transformiert. Du darfst nun frei sein. Und du erlaubst dir jetzt, eine innere Stabilität zuzulassen, eine innere Eigenermächtigung zuzulassen. Und erlaube dir, all das in dein Leben einzuladen. Regeneration, Heilung, Vertrauen, Frieden, Liebe. All das lade in dein Leben ein. Hol es richtig in dich rein. Inhaliere es richtig. Und erlaube dir, dass du jetzt diese transformative plutonische Energie positiv für dich nützt. Dass du an einem Punkt jetzt ankommst, wo du sagen kannst, okay, es gibt für mich nichts zu fürchten. Ich bin schon so oft gestorben und wiedergeboren worden. Ich habe so viel losgelassen und fließen lassen. Ich versteife mich auf nichts und erlaube mir, den Fluss des Lebens zuzulassen. Ich erlaube mir, Ideen, Welten auf die Erde zu bringen, diese umzusetzen. Ich erlaube mir, authentisch zu sein. Ich erlaube mir, kraftvoll, frei und gesund zu leben. Und in dieser Offenheit, in dieser Energie merkst du, dass jeder Mensch schon mal enttäuscht wurde. Jeder Mensch ist ein Verletzter. Oder eine Verletzte. Und in diesem Augenblick bittest du um Heilung für die Menschen. Für ihre Herzen, für ihren Geist. Sodass die ganze Menschheitsfamilie heil wird. Und erlaube dir nun, diese Heilungsenergien tief in dich einfließen zu lassen. Denn alles, was du aussendest, kommt zehnfach zu dir zurück. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre die Kraft, die Liebe und die Klarheit in dir. Spüre, wie sich die Heilungsenergie in dir manifestiert und wie du friedvoll und frei wirst. Friedvoll und frei. Und in diesem Augenblick spürst du, dass der ganze Druck, dieser plutonische Druck, dieses Ringen mit Macht und Anmacht von dir abfallen kann. Du spürst eine tiefe Erleichterung in dir, einen tiefen Frieden, eine tiefe Freude. Und du hast diese Transformation, dem Stirb und Werde, ins Auge geblickt. Du hast Macht und Anmacht erlebt. Tod und Wiedergeburt. Und in diesem unbeschreiblichen Licht, in dieser unbeschreiblichen Kraft, entspannt sich nun dein Körper. Verspannungen lösen sich. Und du kommst voller Kraft und Stabilität ins Hier und Jetzt, in deine Urenergie zurück. Und du spürst nochmal, wo überall Heilung fließt durch deinen Körper, wo Entzündungen, wo Stress abfließt, wo der Heilungsprozess auch in Gang gesetzt wurde. Der Transformationsprozess. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und kommst dann ganz in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Atmest nochmal durch, streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine. Und wenn du dich klar wahrnehmen kannst, kommst du ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir mit dieser Energie gegangen, mit dieser plutonischen Energie? Spür einfach mal nach. Komm ganz in dein Bewusstsein zurück und spür mal, was für Bilder du erlebt hast. Schreib sie mir auch gerne in die Kommentare, was du so loslassen konntest. Das sind sicher Themen, die dich gerade bewegen. und spür nochmal nach, was du jetzt empfindest, was sich jetzt, was sich da jetzt in Bewegung gesetzt hat, in deinem Leben, in deinem Kraftfeld, in deiner Energie. Und ja, dann hoffe ich, dass dir das weiterhilft, diese Übung durch diese turbulente Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe bis bald. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.